Ich habe mal in einem Sportclub Sport gemacht, regulär, und das hat es nicht gebracht. Also ich wollte ursprünglich den Bauchrück haben. Ich bin im Internet, hatte ich ein bisschen Recherche betrieben, da bin ich auf euch gestoßen und seitdem bin ich dabei. Ich mache seit 1.2. jetzt SpeedSlim, also im Heimmeer, und habe jetzt knappe 10 Kilo abgenommen. Ich bin von 105 runter auf jetzt etwa 90 Zentimeter. Ich arbeite im öffentlichen Dienst, letztendlich kann man sagen, und dadurch sehen mich viele Leute und fragen, warum ich so viel abgenommen habe. Und das kann ich auch wirklich empfehlen, ist super. Ich fühle mich rundum wohl damit. In der Zeit lässt sich effektiv eine ganze Menge machen und ich habe gesehen, dass es funktioniert. Mir geht es wirklich super, seitdem ich das mache.